Man, mindestens ein Pfeil in den Inventar haben musst du? Ja. Also. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Haha. Gasverpissiert. Gib mir ein Pfeil. Gib her. Ja, danke. Ich bin überlegen, die ganzen Pigments wieder zu ärgern. Wow! Da ist ein Loch und dahinter steht ein Skelett. Und ein Creeper. Alter, wo ist dein nächstes Gas? Da ist das verpackt. Der stirbt. Stirbt Vanilla Backe. Der Backe? Woher kommst du denn eben? Autsch. Ist klar. Das ist so geil. Die schießen dich nach hinten. Du schießt die nach hinten und die... Und in dem Moment schießen die auch nochmal Fireball und treffen dich trotzdem noch. Haha. Die scheiß Skelette, ehrlich. Sind doch geil. Die sind viel zu überpowered. Sind genau richtig für dich. Einfach überpowered. Ach, sei auch nicht. Mädel. Kohle! Die Pfeilfarm! Kohle! Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Ich tue hier schon dieses komische Netterquartz mit Abfahr mir in der Hölle. Ja, du hast es gut. Obwohl, du brauchst ja diese... Ähm... Blaze, oder hast du auch genug davon? Hab ich doch. Du bedrückst doch, ey. Du cheatest doch. Ja, ich cheat immer. Bei dir cheat ich immer. Äh, ja, aber sonst, als ich. Du bist hier der Cheater. Nein. Na gut, gehen wir hier mal weg aus der Schlucht. Hier sind keine Diamanten. Diamanten! Und irgendwo hochbauen habe ich auch keinen Bock drauf. Um da die Kohle runterzuholen. Klar, immer. Laber nicht. Schlaberst du? So, ich hätte sie jetzt schon Pigments, habe ich jetzt schon Bock drauf, die zu vermöbeln. So, noch mal herkommen. Weil ich das wieder stürze, also ich, ne? Ja, ich weiß, es ist immer. Naja, da seid ihr auch noch aggro auf mich. Bist ihr auch schlecht. Mann, 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 Mann. Chum, chum, chum. So, so machen wir dich jetzt mal auf Hedlich stehen. Das Ganze nochmal wieder in Schierern gehen und auf Schwerstein. Das wieder alles neu spawnt. Nein. Freue ich nicht. Ne? Nein, nein. So, ihr macht was man gangrichtig zu. Ja. Wir haben noch Erde. Ich glaube kaum, dass wir mit Diamanten unter sind. So, das machen wir mal richtig hier. Ein Schnobbelstone. Ein Schnobbelstone? Ein Schnobbelstone. Ein Schnobbelstone. Zack, zack. Was kann ich da mit tauschen und die tausche ich erstmal da mit. Ich muss mir ja noch einen Kürbis auf die Rübe setzen, ne? Warum? Und wenn ich ins End gehe, bin ich in den Endermänner. Willst du ernsthaft machen? Obwohl, ich gucke die ja nicht wirklich an. Oder versuche ich zumindest. Und nimm dir genug Steine mit, damit du dich hochbauen kannst. Hm. Weil ich glaube nicht, dass du vom Boden triffst. Die ganzen Sachen. Das ist so komisch. Aber da muss ich trotzdem näher dran sein. Ja, dran würde ich sowieso dran gehen. Oder einfach, ja gut, du hast Infinity, ne? Kannst du einfach nur draufballern. Aber den auch, ey. Obwohl, ich wollte gerade jetzt zurückgehen, aber ich denke, ich grab mich zwei hier durch und dann gehst du den Rückweg lang. Zack. Und zurück. Ja. Ja, hier ist wieder die Schlucht. Was wäre eigentlich, wenn du Minecraft hinstellst und der Pflicht genau da drüber bleibt eigentlich dann der Minecraft? Das wäre natürlich voll lustig. Ich habe keine Ahnung. Kann man ja einfach mal von der Welt ausprobieren. Wenn man sich extra machen. Wenn man sich eine neue Welt macht und da einfach mal ausprobieren. Spons sind Enderman. Ach, ein Enderman sind ja schon Enderdrachen. Spons dann oder fährt dann so mit dem Kart rum und der kann nichts anhaben, die arme Sau. Er fährt ganz im Kreis und verprügelt sie. Arme Sau. Cool, Diamanten. Scheiße, Diamanten. Solche welche Kacken? Sind braune Rohdiamanten. Äh. Drecksau. Ja, was denn? Welches ist eine Sau? Ist das falsch oder so? So eine braune Rohdiamanten. Ja. Steht da drauf? Nö. Du ja. Was? Wo? Blaze? Ich höre schon wieder Blaze es. Einmal die ganzen Steine. Zack, 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 zack. Blaze, du bist kacke, gestirben. Zack, zack. Okay, mehr Platz. So. Also ist das. Level 90 wieder. Ah. Nein, ihr Pigments ist ja scheiße. Das ist nicht gemein. Was ist los? Level 20. Ja. Ich verkloppe jetzt die Pigments mit, ey. Das ist voll langweilig sonst. Warum machst du überhaupt was? Zuschauer wurden auch übersehen. Oh, Lava fies jetzt aber wirklich schnell ab. Man wundert der Natur. Yay. Ich dachte, du wartest, bis die... M-M-M... Bis die Skelete durchs Portal kommen. Nö. Müsste ich hier ein extra Portal dafür bauen. Wolltest du eigentlich machen, ne? Wollte. Ich bin aber nicht 100% sicher, dass das... ...und dass das super funktioniert. Wusste. Blecht. Und bevor das nicht richtig funktioniert... Hm. Warum machst du denn das nicht getestet vorher? Naja, war echt zu faul für. Kennst du mich doch. Ja, stimmt ja, Rüder. Geht ja gar nicht. Echt. Weiter Schlawiner. Ja. Zumindest hab ich ein Gold-Sachen ohne Ende. Gold-Schwerter. Das ist... Ja. Wie macht denn ein Eisenschwert? Sechs. Ein Gold-Schwert macht vier. Hm. Die A7 plus Schärfe. Zack, 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 zack. Wie fackeln hab ich denn noch? Weiß ich nicht, aber ich kann ja gleich wiki an der Fackeln. 24, ich stecke euch nur noch. Gut, dass ich schon zurückgehe jetzt. Nimmst du nie Holz mit? Nö. Schlecht. Keine Lust. Schlecht. Nö. Holz so, so jetzt. Nee, gibt's auch keine, wo ist er an diesem Ding hier. Aha. Nicht, aha. Aschloch. Aschloch. Aha. Xa. Xa. Ah, hier ist Ende Gelände. Okay. Ja, ja. Und gleich schon zeigen die dritte Folge. Hm. Und, äh, 39 Uhr. Darauf achtest du immer noch voll, ne? Ich weiß aber, wenn wir aufgenommen haben. Hm. 12 Uhr. 20 Uhr 12. Dann bräuchte ich nicht drauf achten, wenn ich weiß, wann ich aufgenommen hab. Hm. Nur ich meinte, dass du mal drauf guckst, wie landen wir wir schon haben. Ja, das ist typisch, wenn man Spark aufnimmt. Naja. Deswegen hab ich das ja auch gehabt. Wurde auf mein Handy gucken, aber hab ich ja nicht angemacht. Hätten wir grad mal was ein. Ich hab laut losgestellt. Hm. Ja. Nein. Schade, wenn ich die wieder anrufen kann. Hier, sag ich, sag mal, dann muss man bestimmt hören. Ja, das ist ja immer gerne. Ich weiß, es ist bei tief, dass du es immer selten machst. Ne, bei Darkseiders war das. Aber was sieht, dann krieg ich das auch hin. Ja, das ist doch schön. Denkt er nie wirklich toll. Freuen sich die Leute. Jetzt sind's doch mal kurz kurz ne Aufnahme-Porten. So, jetzt gleich was man unterbrochen. Ein Fick-Man an. Ist das auch Agro auf mich? Fick-Man, Fick-Man. Ich weiß ja nicht, für was man Gold braucht, aber ich werd's nachher Massen haben. Kannst du erst mal Gold-Eck-Gold-Spitz-Hacken machen. Zum schneller abbauen. Solange du noch nicht so fettest. Ja, wenn du zackst. Na, ich weiß. Werd ich auch mal mit mir. Ist schnell kaputt, aber wozu braucht man Gold? Ja. Genau, das ist es. Das, ja. Ich will eben fast in Lava reingerannt. Schade, dass du's nicht getan hast. Ach, du mir auch. Das Problem ist, die Pigments sind einfach nur stark. Wenn jetzt viel von hinten kommt. Wenn du mich schubst, dann falle ich vor in die Lava rein. Bitte, 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 bitte. Hast du auch schon mal probiert, dass es mit dem Reparieren, dass es auf einem Amboss mit Diamanten geht oder mit einem Bogen? Das habe ich noch nicht gemacht, aber mit Bogen und Bogen kannst du machen. Ja, aber dann geht die Verzauberung ja weg. Ja, ich weiß. Aber das mit Amboss, das geht. Ja, über Diamanten oder über einen Bogen. Nicht, dass du einen gleichen Bogen brauchst. Nein, du kannst, glaube ich, auch einen Faden nehmen. Weiß ich nicht. Musst du schauen. Aber ganz genau weiß ich das nicht. Kann auch sein, dass du einen Bogen brauchst dafür. Aber nur ein Heilen. Und wenn man nur Springs hat, dann geht das ja. Ne? Na, Pac-Man? Willst du mich noch hauen oder was? Ja, wenn man dir was erzählt und gar nicht mehr hört, du das dann. Das ist doch nichts Neues. Ja, ich weiß. Du hessiger. Du bist ein hessiger Hody. Nee, du. Nein, ich bin nicht der Hody. Keine Pigments, die wir auf den Sack gehen. Auf den Sack? Ich bin der Mann, zumindest bei der Spitzhacke, da kannst du einen Diamanten vernehmen. Ja, klar, da ja für. Bestimmt EP, aber. Ne? Na, dafür formst du ja nicht die XP, das ist das ja. Aber du findest ein Buch. Ja, findest aber eher Erfahrungspunkte als ein Buch. Ja, ich weiß. Oder die Erfahrungspunkte da passen zu. Ja. Du, 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 du. So. Sack. Und weil... So, jetzt geht's hier ab. Ah. Ich schmatze erstmal hier rum. Mhm. So, das ist lollig. Oh, da sollte ich auch nicht runterfallen, das ist auch nicht loll. Da machen wir auch immer einen Deckel drauf. Ja, da war, da war, da war. So, hallo, Pigments, komm, mehr. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich wieder zurückkomme. Ja. Du, 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 du. Ich glaub gleich. Du, 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 du. Yay. Was? Ich bin wieder zurück. Boah, ich kämpfe lieber mit einem Skelett als mit einem Pigment. Okay. Alter, die sind ja so nervig. Okay. Und auch nicht so schwach, die Dinger. Toll, Sonne ist gerade aufgegangen. Ich weiß ja nicht, was man diesen Nekromanten-Knochen braucht hier. War so nicht. Ja, nicht kapiert. Du kapierst ja nie was. Nö. Nö. Darum. Ich geh gleich in die Hölle und nöse. Quade.